Und da sind wir wieder bei Fallout. Ach ja, natürlich, wir sind der Heber in den Bank jetzt. Ja, mein. Männer, was ist hier los? Die Piper. Hallo. Wann mal kurz, okay. Hoppala, alles gut. Das ist ja, die mit euren Parolen, ne? Folgendermaßen. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Danz unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldatenhaus. Ich hab ihn unter meine Fittiche genommen. Und genau das ist der Grund, weshalb ich jeden Rekruten persönlich begutachte, der an Bord dieses Schiffs kommt. Ich habe mir Paladin Danzes Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Nö, ich bin sauerichtig. Was genau ist eure Mission hier? Das unterliegt der Geheimhaltung. Ältester Maxon wird gleich mit der Crew sprechen. Und er wird dir sicher all deine Fragen beantworten. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal einen kleinen Tipp vielleicht verdient. Nicht mal ein kleiner Tipp? Komm schon. Das habe ich mir doch verdient. Ich kann dir nur sagen, dass wir aufgrund der Daten hier sind, die Danzes Erkundungsteam uns geschickt hat. Alles weitere wirst du erfahren, wenn ältester Maxon die Crew informiert. So, Schluss mit den Fragen. Das wäre alles, Soldat. Dein Bestie lautet dich für die Anstieg. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Äh, 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 keine Frage. Ich habe keine Frage. Dann empfehle ich die wegtreten, Anwärter. Okay. Ja, wir, wir, wir haben jetzt nochmal schöne Erfahrungspunkte einsachen können. Ist in Ordnung, Ereta Kacknase. Wir müssen hier mal eben durch, ja? Und die Ansprache anhören. Dann holen wir uns sofort. Die Kate, die alte Bitch. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit den Zweck unserer Mission zu oft. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar wie der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth. Eine Roboterperversion der Technologie. Mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, an uns zu vernichten. Wenn sie nicht richtig geht, nutzt man. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaften, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewachen. Sich selbst. At Victoria. Kartoffelsalat. At Victoria. Okay, jetzt aber gut. Also, ältester Mechsten. Ich hab da mal ne Sprache. Ältester Mechsten. Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Ja, moin mir auch. Das sehe ich. Das ist mir egal. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich weigere mich zuzulassen, dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Ähm. Hm. Sie werden mich nicht davon überzeugen, dass Sie recht haben. Und trotz allem glaubt Paladin Danz, dass Sie der Bruderschaft nützlich sein würden. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Ich sage ihm, dass mir scheißegal ist, was Sie sagten. Deswegen sind Sie jetzt Ritter. Mir sind Ränge egal. Ganz gleich, ob Sie Ihnen etwas bedeuten oder nicht. Sie werden sich daran gewöhnen müssen. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritwin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem... Alter Pervers, lög ich mal gleich zu deinem Stab. Wow. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Ja, dann abends. Ich höre, ich höre, ich höre. Heute, drei. Aber vielleicht. Ja. Machen Sie sich ein wenig mit dem Schiff. Ich dachte, vielleicht können wir jetzt zufällig noch irgendwie eine edle Sache... Komm, wir machen das noch geschwindfältig. Dann haben wir das durch. Ja, die Bruderschaft, das war, glaube ich, noch nie so meins. Im... Welchen Teil waren die? Im dritten... Bei New Vegas? Bei New Vegas waren sie da in diesem Bunker gesessen. Ist das der vierte Teil, äh, der New Vegas-Teil gewesen? Alles auf grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Na, nichts Neues. Weiter machen wir weiter. Hallo, Paladin Dance. Da bist du ja. Wie lief es mit Ältester, Maxon? Ja, super. Lief, super. Ich hatte den Eindruck, er hat Wahnvorstellungen. Du glaubst doch nicht alles, was er sagt, oder? Du solltest Maxon nicht nur an seinen Worten messen. Seine Taten beweisen seine Aufrichtigkeit. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen... Naja, aber... Um es mal ganz direkt zu sagen. Wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Ist in Ordnung, Dance. Ich lasse dich nicht im Stich. Du bist schon cool. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen. Aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Ähm... Nein. Ich mach das erstmal allein und komm zu dir, wenn ich bereit bin. Wie du meinst. Ich bin in der Kantine, falls du mich brauchst. Ja, wieder schön futtern hier, ne? Magen vollschlagen. Tippisch. Tippisch. Also, wir sprechen mit den Leuten noch. Hallo Lancer. Hallo Gelehrter. Hallo Kochtopf. Hey. Mach ich dir easy hin. Ich mach kurz die Missions an. So, die dienstliche Tour. Da können wir nämlich einfach mal alles durchpimmeln. Das ist, glaube ich, unsere Rüstung hier. Und das ist auch nicht unsere Rüstung. Also, da haben wir schon mal die Troller, die die Dinger reparieren. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Hm. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Ja, ich hab auch keine Power-Snitch erwartet. Mir egal. Ich bin so ein Arschloch, ey. Ich kann mich zur Wehr setzen, Erwartung, und du klingst enttäuscht. Was hast du denn erwartet? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, heruntergekommen und auf der Suche nach Almosen. Sie waren verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg. Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Hallo. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Power-Rüstung zu engem Schritt, droht die Pridwen abzuschmieren, läuft ein Roboter-Amok, dann komm zu mir. Ja, ich wollte noch sagen, ich nehme alles zurück. Das war ja eigentlich eher positiv. Bin im Unterricht, Power-Rüstung, eine Menge zu tun. Hört sich an, als hättest du alle Hände voll zu tun. Alle Hände voll? Verdammt, ich bräuchte noch ein paar Hände mehr, um hier mit allem fertig zu werden. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht fünf oder sechs Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Eigentlich scheinst du dich ja ganz wacker zu schlagen. Ist wohl besser als die Alternative. Wie dem auch sei, du bist sicher hier, weil du eine Power-Rüstung willst. In Bucht 3 steht eine recht ordentliche T-60, die du haben kannst. Der linke Bein-Servo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Oh, und wenn du an deiner Power-Rüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an dich. Ja, mach das mal. Aha. Ich bin so ein typischer Mann. Aha, guten, hm. Guten, hm. Aha. Was? Wirklich? Hm? Aha. Ich dachte da da liegen ein Ding herum. Alter, lass dich nicht von Maxens Alter täuschen. Komm her, Ritter. Er ist ein genialer Taktiker und einer Frau. Also, dass er erst hat da hin. Ähm, sieht unbequem aus da drin. So schlimm ist es gar nicht. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs. Proktor Tegan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Gut. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Gut. Sie kaufen? Moment mal. Kaufen? Seit wann verkauft das Militär Ausrüstung an seine eigenen Soldaten? Seit jemand einen Haufen Bomben abgeworfen und jede einzelne Fabrik in die Luft gejagt hat, die Waffen und Munition herstellt. Es kostet Kronkorken, die Bruderschaft zu versorgen. Und jeder muss seinen Teil beitragen. Das macht natürlich Sinn. Aber die gute Nachricht. Dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Oh mein. Oh, so. Von welcher Art Arbeit nebenher sprechen wir denn hier? Oh nein, nein, nein. Nicht das, was du denkst. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten in der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst. Naja, bla bla bla. Also von ihm können wir den ganzen Scheiß kaufen. Wir haben da hinten noch zwei Leute, die wir geschwind begrüßen. Dann haben wir es nämlich auch schon hinter uns. Und dann ist gut. Oh, ein Katzenkind. Ach, die Bücher. Was laberst du? Ja. Ja. Mache ich dir easy. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie die noch sei. Es war mir ein... Ja, läuft. So, jetzt noch der letzte hier, der Doktor anscheinend. Entschuldigung, Captain Kate. Oh, der Liebner. Eine Kassette. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Ach, super. Riech irgendwas in der Bobo geschickt. So, in Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längerer Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Keine Ahnung. Ähm, ähm, ähm. Vor den Bomben gab es noch nicht wirklich viel radioaktive Strahlung. Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Und, zweite Frage, hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Nein, ich war noch nie krank. Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage, bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nichtmenschlich bezeichnet? Ähm, täglich. Nun, da war dieses echt hässliche Mädchen im College. Ich meine, ich musste mich betränken. Das war eine Wette. Das entspricht wohl kaum den Kriterien. Boah, Alter, voll der gemeine Mann. Du hast kein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten. Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Ehemaliger Mensch. Das ist mehr so eine Moralfrage, oder? Oh, absolut. Ich bin der Ansicht, dass der geistige Zustand der Besatzung so wichtig ist wie der körperliche. Jeder, der im Gefecht aufgrund fehlgeleiteter moralischer Werte beim Schießen zögert, ist nicht für die Bruderschaft geeignet. Also, wie steht es mit dir? Hättest du ein Problem damit? Ähm. Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig ist, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen. Ich wüsste keinen Grund. Okay. Wenn du gehst, medizinische Hilfen. Läuft. Alles klar. So, wir haben es geschafft. Was haben wir denn hier? Ritter Captain Kartoffelsalat. Direkt mal reinhören. Medizinischer Berichtaufzeichnung durch Ritter Captain Kate. Boah, 381. Ich arbeite eng mit gelehrter Nirajah zusammen an der Untersuchung einiger Synth-Leichen, die unsere Erkundungsteams geborgen haben. Auch wenn wir noch keinen der Synths geborgen haben, die vollständig menschlich aussehen, sind diese früheren Modelle dennoch erstaunlich ausgereift. Es wird immer deutlicher, dass das Institut der technologisch am weitesten fortgeschrittene Feind ist, mit dem wir es je zu tun hatten und daher extrem gefährlich ist. Ich habe alle meine Daten an Lancer Captain Kells übermittelt, zusammen mit meiner Empfehlung, effektive Gegenmaßnahmen gegen diese Synths zu entwickeln. Leider bin ich mir nicht sicher, wie viel das bringen wird, angesichts der Tatsache, dass der echte Feind die Synths sind, die sich womöglich in unserer Mitte verstecken. Ha. Kannst du mal sehen? Schlagring und 38er P-Trip. Bist du verregt? Glaub mir, das würdest du mitnehmen. Es gibt nichts Besseres, als im Einsatz zu sein. Nee, du wirst nicht altmöglich, du wirst einfach nur behind it. Wo bist du, dieser? Komm her. Lepp. Dance? Dance. Bereit unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Äh, so halb. Also, äh, nicht jetzt. Jetzt nicht. Kein Problem. Gib Bescheid. Alles klar. Also Dance hat dann einen neuen Auftrag vor uns. Wir gehen jetzt erstmal wieder... Ich, ich, ich... Es hat mir irgendwie noch nie so wirklich gefallen hier auf dem Schiff. Und die Bruderschaft, wie gesagt, ist auch nicht so meins. Also, das... Ja, die Bruderschaft ist nicht so meins. Wir holen uns erstmal die Kate. Dafür müssen wir natürlich zuallererst die Dinge abgeben, die Trulla. Und wir holen uns nicht direkt den Flammenwerfer. Dann können wir der Kate nämlich dem Flammenwerfer geben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Munition drin war. Wisst ihr noch? Ich wollte mir das noch merken, um zu gucken, ob sie jetzt die Munition verbraucht. Weil diese eine Patrone einfach nicht funktionieren will. Ich gebe ihr eine Patrone für Waffe XY und sie schießt damit nicht. Außer ist es die falsche. Ich gebe ihr so eine Laserzellenwaffe und gebe ihr halt diese Energiezelle. Das ist doch genau das, was ihr braucht, ne? Ist okay, äh... Hey, also... Gib mir mal... Ja, der Flammenwerfer. Ja, 52. Ich glaube, es war 1950. So, Flammenwerfer und Brennstoff. Dann gehen wir nach Hanswurst. Aber wartet mal kurz. Weil das kann ich mir jetzt tatsächlich nicht nehmen. Lass uns doch mal nur noch zu Jumpe, oder? Ajo, ajo. Macht euch bereit. Er steht und macht... Voll der Lügner. Naja. Wir gehen dann nach Tentakel Island. Da haben wir nämlich die Käthe. So, da. Ja, ja. Jep. Und schon haben wir die Ultra-Hardcore-Schnecke am Stüssel. Die sehr offen ist für eine Dreiergeschichte, hat sie ja gesagt. Du kannst eine Kochstationator benutzen. Rezepte aus verschiedenen Menschen herzustellen. Mmh. Delicious. Oh, fuck. Kate. Kate. Kate, just wanna have... Kate, just wanna have... Nene. Nene, 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 nene. Nene, nene. Pfei, wir stehen neben dem Generator. Ah, ganz schön still hier drin. Ich hab übrigens auch diverse Tricks nun heraus... Äh, nicht herausgefunden. Ich hab bei... Ich hab beim... Beim Thumbnail machen... Hab ich so ein Video laufen lassen, wo jemand so diverse Bautricks und Tipps, äh... Für Fallout gegeben hat. Ich weiß jetzt... Ach so, hockt die vielleicht vorne? Da vorne, der bis... Ah, wartet mal. Das müssen wir eh zuerst machen. So. Hockt die da auf dem... Auf dem Stühlchen. Ne. Scheiße, die kann hier irgendwo sein, ne? Wir können uns die mit einem Terminal anzeigen lassen. Das weiß ich. Aber das müssen wir uns erstmal holen. Ich glaub, es ist so ein Vault-Bewohner-Terminal, das wir dafür bräuchten. Um sie jetzt speziell anzeigen zu lassen. Hm. Das sind irgendwelche Männer. Ach, Schüssel, man. Die Insel ist echt riesig. Das ist das größte Baugrundstück, das man haben kann, oder? Habt ihr die Kate gesehen? Ziemlich junges... Oder recht junges... Sexy-haftes Ding, hallo? Ach, Scheiße. Wahrscheinlich da oben irgendwo auf dem Schiff. Also, wir können uns auch ein Vault-Terminal holen und die dann irgendwie finden. Können wir einen Würfel auch machen. Das mach ich jetzt gleich, wenn sie jetzt nicht direkt auf... Ach, strong ist das. What the fuck? Da läuft sie. It's quite. This is quite. Hey, quite. Hallo, Kate. Das einzige, was besser ist, als sich vorlaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt? Oh, ja. Die ist einfach... Alter. Nur eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich brechen kann. Gut. Also, folgendermaßen. Bereit, wieder aufzubrechen? Na klar. Bereit. Gut. Dann mal los. Bye-bye, Pipes. Äh, auf nach Tentacle Island. So. Schalt. Hey. Was gibt's? Ah, die ist so vor... Hey, ja. Klar, ich nehm gerne. Hey. Äh, halt gerne was für dich. Ja. Der ist hier hält gern, alter Verwalter. Das ist vielleicht... So, Flammenwerfer und Flammenwerfer-Treibstoff kriegst du. Du kriegst auch genau, ähm, Brennstoff. Du kriegst auch genau 52. Kann ich jetzt nicht einfach so drüber ziehen? Ne, kann man nicht. Okay. So. Das hat nämlich bei der Pipes auch gut geklappt. Dann bekommst du jetzt auch 52. Bitteschön. Und du rüstest den, äh, Flammenwerfer bitte aus. So. Wir testen's. Hoppala. Fuck, hab ich das genommen? Ne, ne? Sehr gut. Okay. Wir haben also unsere ultrakrasse Bitch dabei. Jetzt können wir noch das Wasser trinken, das wir hier haben. So. Und. Ja. Wir haben jetzt von der Bruderschaft. Trifft sich mit Alistair Maxon. Die Quest. Ich will jetzt da erstmal nicht weitermachen an der Geschichte, sondern hier unten vielleicht. Berge, Impro, Revolver aus Milton General Hospital Suche. Na. Wir könnten jetzt unterschützen das Erkundungsteam der Bruderschaft. What the fuck? Hä? Die Quest kann doch nie im Leben noch, äh, funktionieren. Die sind doch jetzt oben auf dem Ding. Dude. Okay. Wahrscheinlich werde ich jetzt noch jahrzehntelang Pipes zu ihr sagen. Oder Piper oder sowas. Aber das ist die Käthe. Wisst ihr Bescheid. Ist die Käthe. Die flotte Käthe. Nur muss Käthe werden nice für sie. Aber naja. Kriegt halt nicht alles sie. Oh. Klein, zuverlässig, wirkungsvoll und weit verbreitet. Der Mini-Schniedel. Ja, läuft. Ja, läuft. Können wir jetzt doch mal bitte weitermachen? Öh. Krass. Das wird uns sogar noch als Mission angezeigt. Okay. Ich dachte kurz Piper hockt da. Oh. Erkundungsteam. Hä? What? Oder sind es diese Missionen? Ah, es sind die zwei. Ja, klar. Hey. Ach so. Ja, wir haben beides schon. Wir haben von... Du bist immer noch da? Ich bitte schmerzen, dass wir eine Mission zu gewiesen haben. Halt es doch gerade nur die Gurschen. Oh, der Futschen. Ja, ich muss die Missionen machen. Diesen Hans-Wurst-Kack-Ding finden. Was wir nicht können, weil es noch im DLC zu finden ist. Und soweit wollte ich jetzt erstmal nicht gehen. Und ja, das andere könnten wir vielleicht direkt machen. Wir gucken nochmal in die Missions rein. Ach, die schöne Musik. Herrlich. Ich bin gespannt, ob wir wieder genug Zellen haben. Ich glaube nicht. Wir haben ja vor, keine Ahnung, zehn Folgen die Sniper... Äh, die Zellenwaffe genommen. Weil ihr gemeint habt, hey, Energiewaffen benutzt so faszinierend. Da hatten wir irgendwie 700 Schuss dafür. Und jetzt haben wir fast keine Munition mehr dafür. Ja, das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. So. Ich gucke nochmal rein. Was wäre denn das nächste? Dachreinigung des Commonwealth. Ähm. Ne. What? Säubere Beaver Creek Bahnen. Das könnte jetzt hier der... Und da ist es auch da hinten. Ach, das ist da hinten. Sorry. Haben mich vertan. Und zwar Sonderlieferungen. Sprich mit Jack Cabot. Moment, 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 Moment. Hier, Quartiermeister. Jetzt. Was sagt was? Das ist beides da hinten. Auch der Fluxkompensator. Kack. Kack. Ist echt alles im DLC drin. Ach, leck mich doch im Ärmel. Kann doch nicht wahr sein. So, weg zur Folge, dem Freedom Trail. Guck mich doch, leck mich doch gerade mal. Was ist denn hier oben? Sprich mit Preston. Warum soll ich mit Preston sprechen? So, wir gehen jetzt. Wir, 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 wir. So, wir gehen nach General Atomics und schauen uns um und machen da irgendwas. Verdammte Affenkacke. Ist doch schrecklich. Ja, das ist das Blöde, wenn man alle möglichen Quests anzeigen lässt. Dann spackt das manchmal ab und dann sieht man sie halt einfach nicht. Aber ich würde sagen, wir machen einfach die, die angezeigt werden, um auch ein bisschen Quests abzubauen. Weil wir jetzt im Moment sehr, sehr viel erkundet haben und ganz viele neue Quests bekommen haben. Und es wird auch noch unzählige Quests geben. Darum sollten wir doch endlich mal ein paar Quests abschließen. Also, wir erkunden jetzt mal General Atomics Fabric. Höchstwahrscheinlich sind da Roboter. Nehme ich jetzt einfach mal an. Was hilft gegen Roboter? Schrotflinten? Impulsgranaten? Und Impulsminen? Direkt voran, Augenbot. Hat uns schon gesehen. Schisse. Hallo. Arschloch. Wie sie direkt ausrastet. Direkt, direkt, direkt. Memos. Erinnerung. Mit Einführung des neuen Mr. Handy Modells werden Kunden versuchen, defekte Einheiten zur Reparatur in die Fabrik zu bringen. Weisen Sie in solchen Fällen bitte den Kunden höflich darauf hin, dass gemäß unserer Garantieprogramms defekte Einheiten vor der Reparatur erst die vorgeschriebenen Kanäle durchlaufen müssen. Auch wenn dies die Kunden frustriert, sollten Sie sie darauf hinweisen, dass Kundenzufriedenheit das oberste Ziel von General Atomics ist. Nutzen Sie diese Gelegenheit außerdem, sie auf unseren neuen Qualitätssicherungsflügel hinzuweisen, der die Menge der defekten Einheiten minimiert, die unser Haus überhaupt erst verlassen. Als Empfangsmitarbeiter sind Sie das erste Gesicht, das unsere Kunden sehen. Sorgen Sie dafür, dass es ein freundliches ist. Kaffeewünsche. Äh, das sind Kaffeewünsche. Halt, aber... Da war noch was. Kalender. Okay, das war ein Kalender. Scheiß doch auf den Kalender. Oder wollte jetzt jemand den Kalender sehen? Nee, ne? Whoa! What are you doing, you fucking millbot? Geht's voll ab hier, oder? Sie rasten. Okay, der ist stuck. Hallo. Irgendwie seid ihr schlecht. Ist Feuer gut gegen die? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist Feuer nicht das Beste gegen... Also ich kann mir das nicht vorstellen, Metall und sowas. Aber, die Kate wird Bescheid wissen. Oh, seht ihr das? Wir haben jetzt rote Ziele da vorne. Geil. Okay. Alles cool. Ihr kleinere... Oh. Nehme ich halt alles mit. Flansch. Liegt ein Flansch rum. Gut, die Tür ist zu. Kate, komm mit. Wo bist du? Keine Ahnung, wo die jetzt schon wieder hin ist. Da kommst du doch. Okay, die Snatch, komm mit. Oh, ist das alles. Okay, das kann man alles nicht aufheben. Ich dachte, das sind vielleicht schon diese Pferde. What the fuck? Irgendwas verfolgt uns. Ja, irgendwas verfolgt uns. Ich hab's auch gehört. Da. Nice. Sehr gut. Da schießt noch irgendwas. Willst du vielleicht... Ah, da. Hallo. Shit. Ja, Pipe. Du musst die Down machen. Krass, wie low die sind. Unglaublich, wie schnell die kaputt gehen, oder? Das ist fast zu ein... Oh, hallo. Frau. Scheint das wirklich shit. Gut doch, gut. Können wir da hoch? Ich glaub, man kann nicht... Wir können nicht hören. Wieso? Nichts da finden. Der ist doch da vorne. Du könnt einfach mal die Augen aufmachen, die Frau da. Ja, Mensch. Und viel Damage machen sie ja auch nicht, oder? Hallo. Nee. Äh, 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 äh. Das ist ja total kiki, was hier passiert, oder? Wir zerlegen ja einfach alles. Oh, shit. What the fuck? Was ist denn das für eine... Was ist denn das für eine Mission? Warum haben wir diese Mission jetzt hier überhaupt? Was ist da der Hintergrund? Wer hat uns gesagt, dass wir hier mal rein sollen? So. Es gibt in den Raum, an den wir eben reingeschaut haben, also da mit den Viechern drin, gibt es nur eine Erinnerung, und zwar weiß ich, dass... dass da ein Terminal drin steht, mit dem man, glaub ich, die Türen öffnet, und in dem bin ich auf der Xbox dann immer gestackt. Das war echt bitter. Also ich geh rein, man kann irgendwie von oben in den Raum runterfallen. Und ich geh rein, mach da die Mission, und dann will ich raus, und ich kann nicht, weil ich die Türen nicht öffnen kann. Weil der... Weil der... Also ich kann die Türen öffnen, aber der Computer hält mich dann fest. Ich bin einfach dran drin gestackt. Das war echt ärgerlich. Ja! Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Missing... Ich hab Missing Granate gelesen. Gut. Also da kommen wir jetzt so auch erst mal... Doch, wir kommen so rein. Okay, ich speichere mal richtig hart. Weil das ist ziemlich krasser. Oh shit. Hab ich das gesehen? Ich hab die Tür geöffnet. Fuck, 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 fuck. Der eine ist echt fett, ne? Ja, moin! Ähm... Inputs... Inputsgranate. Bitte schön. Oh. Das könnte es schon gewesen sein. Also der eine ist auf jeden Fall da. Und du? Oh, fuck. Robo hier hat ein bisschen... Oh, fuck. Ah. Shit, 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 shit. Okay. Was, was, was? Wer hat von einem Mädchen... Was labert denn die da hinten? Warum hilft denn die nicht? Ich stehe einfach weg. Ähm... Wir haben hier irgendwo... Wir haben irgendwo noch ein Steak gehabt. Bin ich blind? Ich sehe, dass das nicht mehr da ist. Okay. Gut, dann nehmen wir natürlich... Die Stinkpacks. Okay. Ähm... Ich werde jetzt hier Impuls... Impulsminen aktivieren. Mal schnell speichern. Oh. Die Befehle des Mechanists erfordern meine Vernichtung. Ach komm. Geh hier vorne lang. Hast du gesehen? Da liegt eine Mine. Komm her. Ha, 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 ha. Dumm gelaufen für dich, Robocock. Hier ist noch eine Mine für dich. Ah. Ne, andere Richtung. Du musst in die Mine. Ja. Fahr in die Mine. Ja. Noch ein Stück. Ha, ha. Als wären sie jetzt immer noch liegen. Oh, oh, oh. Gibt bestimmt eine fette Explosion. Oh, fuck, fuck, fuck. Warte, warte. Nicht hier runterfallen. Mechanist-Gerät. Okay. Ähm, Patrone. Robohirne. Ketten. Na ja. Okay. Wir haben ein Mechanist-Gerät. Gut, die, die, die Truller, die war jetzt schon, die war schon irgendwie krass, oder? Irgendwie kann man von oben, oder kann man von, wie, 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 hä? Was habe ich denn da mit mir zusammengereimt? Ich schmucke, man kann in den Raum reinfallen. So. Da läuft Mucke. Okay. Na, so weit, so gut. Es geht gleich, also für mich dann gleich weiter, für euch dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, was du sie machst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.